Du hast ja schon 20, du hast ein Buch geschrieben gegen NoBILAGE, wenn jemand mit kurzer Aufmerksamkeit spannen kann, wie der Trump, erklärt, wo man Nein stimmen soll. Es ist die wichtigste Abstimmung, die man seit langer Zeit mit den grössten Konsequenzen hatte, weil sie so knallhart abgefasst wurde. Da kann man ja nicht mehr richtig rumgefattern, wie das Initianten offenbar machen wollen, um auf diese Art und Weise das Ganze runterzutempieren. Das geht nicht. Und darum müssen sich die Leute eine Meinung bilden und müssen Fakten haben, warum das Mediensystem, oder ein wichtiger Teil des Mediensystems, einfach Feinschlag kaputt gemacht werden. Oder warum eben nicht? Ich habe Ende 80er Jahre bei dir im Bonus gearbeitet und wir haben immer gemüdet, dass sie in ihrer Medienkolumme einmal etwas anderes schreiben soll als gegen das Monopol der SRG. Jetzt wundert es natürlich viele, dass ausgerechnet du die SRG verteidigst. Warum kann, das ist das meistgehörte Argument der Gegner der SRG, warum kann der Markt das nicht richten? Also gut, ich war immer gegen die SRG und vor allem gegen das Monopol. Und ich war auch gegen die SRG und ihr Management. Wir hatten das Gefühl, die haben da eine falsche Politik gemacht. Aber ich war nie für die Zerstörung der SRG. Warum nicht? Die Schweiz ist ein kleines Land und ich habe es wirklich ziemlich brutal erlebt, als ich Tele24 gemacht habe. Ich glaube, dass wir mit Werbung in diesem kleinräumigen Land, vor allem wenn man sieht, dass es noch vier Sprachen sind, dass man nicht hochqualifizierte und vor allem teure Sendungen im Fernsehen produzieren kann. Im Gegenteil zum Radio. Radio ist ein billiges Medium, ein Medium von Leuten. Fernsehen ist ein Medium von Geld. Und das Geld kann man in der Schweiz nicht mit einem Einnahmestrom mit Werbung reinholen. Wenn man z.B. Informationen machen möchte, die ja leicht verderblich in Wahrheit ist, z.B. der Kaiser von 3 Plus macht das nicht. Er macht nur Unterhaltung, weil er weiss, das kann er immer wieder recyceln und das kann er auf diese Art und Weise amortisieren. Kann man mit Informationen nicht. Und darum auf dieser Basis habe ich gesagt, muss man und auch meine Erfahrungen, die ich jetzt gemacht habe in Deutschland bei Sat.1 bei einem grossen deutschen Privatsender, braucht es ein duales System, einen öffentlich-rechtlichen Sender oder öffentlich-rechtliche Sender und private Sender. Jetzt gibt es ja viele, die sagen, wenn die SRG keine Werbung machen dürfte, dann hätten die Privaten mehr Werbegeld und könnten dann eben Informationen selber machen. Ja, das sind einfach Leute, die so eine Milchweide-Rechnung machen. Das geht gar nicht. Wieso sollen die dann mehr Werbung bekommen? Wieso sollen ihre Werbepreise hochgehen? Die Privaten in der Schweiz haben heute einen Marktanteil von genau 7%, sind also unbedeutend. Der würde auch nicht massiv hochgehen. Ja, wenn das Nummer 1 weg ist, dann profitiert nicht das Nummer 10 und 11, sondern das Nummer 2 und 3. Und das sind vor allem deutsche Privatsender. Die würden abrahmen. Die können jetzt schon mit null oder ganz wenig Programmkosten 300 Millionen aus der Schweiz abzügeln. Das würde massiv hochgehen. Aber die Rechnung der Schweizer Privatsender würde sich nicht verändern und die würden überhaupt nicht profitieren. Warum braucht es denn die SRG eigentlich? Das System ist so entstanden in Europa, anders in Amerika, dass staatliche Institutionen das gemacht haben. Zuerst aus technischen Gründen. Und jetzt ist das eben eine zivilisatorische Errungenschaft, dass es einen Betrieb gibt, der nicht nach kommerziellen Kriterien agieren muss. Oder ich war auf beiden Seiten, mit Privat und beim öffentlich-rechtlichen. Wenn man im öffentlich-rechtlichen ist, kann man andere Bedürfnisse und andere Prioritäten im Vordergrund stellen. Wissenschaftssendungen, Wirtschaftssendungen, Kultursendungen. Die rechnen sich nicht. Die rechnen sich auch in Deutschland nicht. Und sogar in Deutschland, wo es einen viel grösseren Mehr gibt, rechnen sich auch Informationssendungen nicht. Wenn man sieht, wo gibt es denn dort Hintergrundsendungen, Dokumentationen. Das ist bei ARD und ZDF und sicher nicht bei RTL. Und in der Schweiz sind es genauso. Jetzt ein Kritikpunkt, der immer kommt, ist, dass man sagt, okay, in Ordnung, die SRG soll Informations- und Kultursendungen machen können. Aber es wird gesagt, das gehört irgendetwas in den Kommissar Rex. Oder Glanz und Gloria gehört nicht zum Service Public. Hast du eine andere Definition? Kannst du dich erklären? Ja, es ist ein schwieriger Begriff Service Public. Das heisst, viele Leute meinen, man muss einzelne Sendungen anschauen. Das ist aber nur ein Teil der Betrachtungsweise. Weil ein Sender kann nicht nur Sendungen machen mit sogenannten Service Public Charakter. Das kann niemand. Das kann auch die BBC dort. Das machen sie nicht. Die machen auch Unterhaltungssendungen. Und darum tut sich Schweizer Fernsehen, wo eigentlich, wie ich sage, ein arme Leute-Fernsehen ist, erst am Abend um 6 Uhr anfangen richtig zu senden. Und den Tag durch müssen sie einfach füllen mit irgendwelchen Sachen, mit Wiederholungen oder mit eingekauften Sendungen. Sonst hätten sie kein 24-Stunden-Programm. Sie müssen ein Testsignal machen, SRF 2 noch viel mehr. Die müssen das machen, um Platz dann für Sport-Live-Events. Und auf diese Art und Weise kann man dann den Service Public Public besser definieren. Man kann sagen, es gibt Sendungen, die nur im öffentlich-rechtlichen Fernsehen möglich sind. Der engere Service Public. Und es gibt Sendungen, die nur bei den Privaten möglich ist. Wie, ich spiele ein Star, holt mich hier raus, Bachelor etc. Das können öffentlich-rechtliche Sender nicht machen. Und da gibt es in grossen mittleren Bereich. Das sind Shows, das sind Serien, das sind Filme, das sind viele andere Sachen. Das können beide machen. Aber je kleiner der Markt ist, desto weniger können das die Privaten machen. In Deutschland bis Alt 1 hatten wir etwa 8 Serien, die parallel gelaufen sind. Wir konnten etwa 30 bis 40 bis 90 Minuten machen. Schaut mal um, die Privaten in der Schweiz haben die Mittel nicht. Werden sie nie an. Es gibt nicht einmal ein People-Magazin, ein täglicher, bei den Privaten. Also macht es das auch noch die SRG. Übrigens auch ARD und ZF, die haben das alle auch. Also in diesem Sinne ist eben die Rolle einer SRG in einem Land wie die Schweiz viel, viel wichtiger als die Rolle von ARD und ZF. Aus zwei Gründen. Eine kleinere Rolle in Deutschland. A, weil es dort wirklich einen dualen Markt gibt, weil Privaten entstehen. Und der Markt natürlich viel grösser ist. Gehen wir auf die Gegner ein. Wer ist der Herr Kessel, der die Initiative lanciert hat? Das sind Befürworter? Ja, also die Gegner der SRG. Das ist ein libertärer Jungsbund, ganz am rechten Rand angesiedelt. Der ist gegen den Staat, ganz klar. Und die SRG ist so ein bisschen zufälligerweise, in sein Visier gerade das Nächste sind dann vielleicht öffentliche Schulen und so weiter. Die sind, oder? Die sind natürlich ideologisch unterwegs. Und sie wollen einfach den Staat mehr oder weniger abschaffen oder zurückstufen. und kommen jetzt mit einem Konzept, wo sie mehr oder weniger sagen, «Apris nur le duelli» ist. Sie interessiert uns gar nicht, was passiert. Wir wollen es jetzt einfach mal machen. Das ist dann nicht mehr unser Bier. Und das finde ich natürlich im höchsten Mass verantwortungslos. Sie sind jetzt hinterher, ganz am Schluss sind sie jetzt noch mit Plan B, C, D und E alles lächerliche Konstrukte von irgendwelchen Amateuren zusammengepassten, die in Wirklichkeit überhaupt keine Bedeutung haben. Das ist so eigentlich ein Randgerück, wo man nie gedacht hätte, dass die auf dem grünen Zweig kommen. Jetzt haben sich aber die Verleger plötzlich auch angefangen, so ein bisschen Breschen schmeissen für die Vorlage oder sich mindestens in Stellung bringen gegen die SRG. Warum? Ja, das ist nicht richtig. Also ganz klar, die Ringier, die ja zusammen ist mit der SRG und der Swisscom, bei Admaira ist ganz klar gegen die Initiative. Die meisten anderen Verleger profitieren natürlich auch mit Splittinggebühren für ihre regionalen Sender. Der Herr Wanner im Aargau, der Herr Löber im Bündnerland und so weiter und so fort. Die Media eigentlich nicht, aber wenn ich sehe mit Tagesanzeigenberichten, muss ich sagen, die machen das gut. Die machen eine faire, klare Berichterstattung. Sonntagszeitung ist ein bisschen anders. Die ist unter der Kandare vom Ex-Weltwochenmann Adrian Kuhnz, das jetzt einfach Weltwoche am Sonntag macht und mit rechtspopulistischem, was soll ich sagen, Sauglatismus versucht das Ganze irgendwie in eine falsche Richtung zu bringen, was bedauernswert ist. Aber nicht irgendwie aus politischen Gründen vom Verleger, sondern eigentlich journalistische Schindluderei, finde ich. Gut, reden wir noch vom Verleger, das ist ja der Chef vom Verlegerverband. Da haben wir so argumentiert, zum Teil ordnungspolitisches gänge ich nicht, dass es so etwas in den SRG gibt. Und dann gibt es die ganze Stimme, die sagen, er wird massiv profitieren, weil er gerne Goldbachmedia kaufen würde, oder dann würde die ausländischen Werbefenster vermarkten, die ausländischen Sender. Ja, aber das ist ja eigentlich klar gewesen, dass er das als Gegenschlag wird machen gegen Ademeyra. Vor Jahren habe ich das schon gesehen, es hat einfach ein bisschen länger gedauert. Offenbar hat man gehofft, man könne das juristisch noch irgendwie unterbinden, Ademeyra. Kannst du noch jemanden, der nicht weiss, was das genau ist, das hat Ademeyra schneller gesagt? Ademeyra ist einfach ein Bund, ein Werbeverbund zwischen SRG, Swisscom und Rigny, etwas ganz Seltsames, das ist von Roger Deweck, zusammen mit Mark Walder vor allem von Rigny eingefädelt worden. Das ist irgendwie meiner Meinung nach etwas, das nie funktionieren konnte. Ich habe das von Anfang an gesagt, es kommen verschiedene Kulturen zusammen, die ganz unterschiedlich sind. Es geht auch ordnungspolitisch nicht, es geht meiner Meinung nach auch nicht, dass die SRG im Bereich der Zielgruppenwerbung, also wo man direkt werbemässig anpeilt, wird da eine führende Rolle spielen als Gebührenfernseher. Also es ist genauso schlimm auskommen, wie ich gedacht habe, und das ist jetzt in der Kritik. Der Herr Marchand, der neue Generaldirektor, hat davon, er wolle aussteigen, weiss aber nicht, wenn man es verkaufen kann. Ich habe gehofft, dass es eine Tameda verkaufen könnte. Die haben aber Goldbach gekauft. Goldbach ist der Vermittler von ausländischen Werbesendern, verkauft Werbung von RTL Satis ProSieben und x anderen Sender, und das hat jetzt Tamedia gekauft, und die sind jetzt in diesem Sinne auch in diesem Markt. Ich muss aber noch sagen, nachdem jetzt da ein unglaublicher Angriff gegen den Herrn Suppino gekommen ist, fast schon so als Vaterlands, verräterischer, gau gieriger Mensch ist dargestellt worden, vor allem von Franka Maia von Ringe, muss man noch sagen, ist ein wenig anders, weil Ringe vermarktet in der Westschweiz genau gleich ausländische Werbefeste, zum Beispiel von TF1 und zwei anderen Sender. Ich weiss nicht, ob das der Franka Maia nicht weiss oder nicht wissen will. Also da wird jetzt, in meiner Meinung nach, die journalistische Unabhängigkeit wird sehr strapaziert, in diesem ganzen Abstimmungskampf. Wenn man hat das Gefühl, es gibt nur zwei Seiten der SRG und die Verleger, ist es eigentlich richtig, dass die Verleger dermassen grosse Stimmen in dieser ganzen Diskussion haben? Die haben eigentlich gar keine grosse Stimmen, also ich bin eben gar nicht sicher, wie gross ist ihre Einfluss auf die Redaktionen. Ich diskutiere das jede Woche mit dem Markus Sommer, er hat mir gesagt, ja, wenn die SRG Videos aus Herrn Mayra gehen würden, wir würden bei Rally gegen Nobilla geschrieben, hat es dann wieder ein wenig zurückgenommen. Ich glaube, dass der Einfluss nicht so gross wäre, als ein verheerendes Zeichen. Wenn alle auf Kommande würden ihre Meinung ändern, sie überschätzen vielleicht auch ihre Rolle, auch wenn sie jetzt eine Stimmeempfehlung machen, gegen Nobilla von den Verleger. Ich glaube nicht, dass das im Emmental gross aufschlagen wird. Der andere grosse Gegner der SRG ist die SVP, und wie du die im Buch schreibst, hat es ja immer wieder der Chefredakter Philippa Leutenecker, sicher ein Sympathisant der SVP, ein sehr guter Freund von Blocher, recht ist der Rand der FDP. Der Reto Brennwald, der die Arena gemacht hat, ist ein SVP-Sympathisant. Der Jonas Breuer hat man das Gefühl, tut der SVP eigentlich etwas. Was ist eigentlich dort der Grund? Die werden eigentlich wahnsinnig gut bei dir Ja, es reicht ihnen nicht, sie wollen das Ganze kontrollieren. Und sie wollten das seit den 70 Jahren machen, zwar mit dem Hofer Club, dann kann das richtig aufschaffen. Historisch habe ich versucht, in meinem Buch zu zeigen, ohne zu fest in die Details zu gehen. Aber zum Zeigen, sie wollten sie immer kontrollieren, sie wollten sie benutzen, und jetzt wollen sie sie einfach beerdigen, nachdem alles andere nicht genützt haben. Sie sind nicht einmal selbst auf die Idee gekommen, das sind ein paar Jungspunder gewesen, à la Olivier Kessler und so. Aber jetzt, als sie gemerkt haben, dass sie das Geschenk bekommen haben, dass sie das mehr gemerkt haben, dass da ein Nerv nüpft wurde, als sie selber sind sie aufgesprungen, vor allem die Hardliner der SVP, nicht die ganze Partei, und haben das Gefühl, jetzt kommen endlich unsere Träume, die wir nicht einmal gehabt haben, in der Vergangenheit, so grosse Träume haben sie nie gehabt, deshalb ist es ein Stück. Jetzt könnten wir die umsetzen, und ich hoffe, es gelingt ihnen nicht. Viele Leute sind, in denen du das beschreibst, du hast auch dein Buch aufgestiegen, nicht zuletzt wegen TeleZürich, du hast immer SVP Leute dort, gerade die Nachfolger heute hat auch immer SVP Leute, du hast die Sendung mit dem Köppel, und bist sicher mitverantwortlich, dass das Köppel so gut das Resultat bei den Nationalratswahlen gemacht hat, das gleiche bei Markus Somm. Kann man eigentlich sagen, die uralte Kritik, dass Lokalradios einfach extrem pushen, dass die Richtung ist? Nein, ich habe einfach eine andere Meinung von Demokratie und Debattierkunft, ich bin der Meinung, man sollte sich auseinandersetzen mit demokratischen Kräften, auch wenn sie nicht die eigene Meinung vertreten, ich mache das immer kontradiktorisch, und es gibt andere, die sagen, hey, die haben ja kein Podium gegeben, und so. Du könntest ja auch abwechslendweise mit dem Glättli streiten. Das machen wir auch, das wird auch gemacht, oder? Ja, die haben wie eine eigene Sendung mit dir, also die kommen ständig, die Köppeln ständig, auch nicht so. Ja gut, aber ich mache ja eine Sendung, wo es kontradiktorisch zu und her gehen soll, und ich bin die andere Seite. Also ich mit dem Glättli streiten, das bringt vielleicht nicht ganz viel. Wenn Sie keinen Hof stehen, da bin ich mir also sicher. Ja, aber ich versuche halt, ich bin dann eher von der liberalen, von eher der kritischen Seite, und das ist die SVP-Seite, und ich glaube, da hat man zwei wirklich, zwei Wouten, wie es schon eine Ankündigung hat, und das ist eine Debatte, wo dann die Leute ihre eigene Meinung bilden, wenn sie so unterschiedliche Standorte haben. Kannst du uns zugeben, dass das ihnen hilft, den Leuten, dass sie aufstehen? Vielleicht, aber ich bin einfach der Meinung, man darf sie nicht totschwiegen. Ich weiss, da gibt es Leute von der Linken, die immer sagen, wieso gibst du denen ein Podium? Nein, aber ich habe das gehört, ich will jetzt keinen Namen nennen. Einfach das Gefühl haben, aber wenn dann jemand von der Linken irgendwie, wie die Frau Schüppach da, oder wie sie heisst da, von Basel, wenn dann die irgendwie abgemahnt wird, dann heisst das Denkverbot, und Auftrittsverbot, und so, wenn jemand von der Linken nicht darf reden, dann schreibt man, das sei nicht demokratiemässig, ich bin der Meinung, jawohl, man muss auch die anderen, denen die Möglichkeit geben, sich zu artikulieren, und nimmt die Kritik. Der Unterschied wäre einfach, die Schüppach hat nichts zu sagen, und du hast eine Radiostation, und einen Fernsehsatz, aber lassen wir das... Aber ich mache es ja nicht einseitig, ich mache ja nicht rush, ich mache nicht rush Limbo, wo dann einfach einseit, sondern ich hoffe natürlich, und ich bin eigentlich überzeugt, ich habe immer die besseren Argumente, und ich habe immer einen Gast dort, der immer falsch liegt, also was wünscht man sich mehr? Gut, okay, das sagt wahrscheinlich mehr über dich aus, als über das System. Ist ja nicht zu ernst gemeint. Wunderbar. Träut, ein grösseres Blocher-Teefell, wenn die Nobila-Ga genommen wird? Das weiss man nicht, das ist noch offen, also man muss sagen, der Blocher interessiert sich eigentlich nie so recht für Fernseher, das sieht man ja an Tele-Blocher, weil ja eigentlich kein Fernseher ist, sondern irgendwie... Mutpaarungs. Ja, ja klar, und auch von der Technik her und so, hat sich nie für Radio und für Fernseher interessiert, er kommt noch aus der Zeit, er ist eben noch zweiter Weltkrieg, wo einfach noch Zeitungen entscheidend sind. Aber Thomas Matter ist doch irgendwie beteiligt an dem 3 Plus, und ich meine, dass man bei der SAB begreift, dass man... Aber 3 Plus ist unpolitisch, aber der Blocher selber, er müsste das Geld geben, Thomas Matter ist nicht einer, der gerne Geld ausgibt, und der Blocher eigentlich auch nicht. Also, ob der das machen würde, und ist auch schon relativ alt, und ich weiss nicht, ob er noch der Power wird aufbrechen. Andererseits wäre vielleicht eine historische Chance, zu sagen, das ist eine historische Chance, das ist jetzt eine Lücke, die können wir füllen, à la Murdoch in Amerika, nicht Fox News, jetzt müssen wir das ähnlich machen, auf den schweizerischen Verhältnisabbruch, I don't know. Es ist möglich, aber ich kann das nicht beurteilen, wie gross das die Chancen sind, dass sie das umsetzen werden. Wenn Nobila abgerannt wird, hat man auch schon gehört, kommt die SVP eventuell mit einer 200 Fr. pro Billaghaushalt-Initiative, du plädierst in deinem Buch für 300 Fr. und sagst, die SRG muss bluten, das Volk muss sehen, dass dort Opfer dargebracht werden. Was man aber nicht findet bei dir, ist wirklich eine Rechnung, wie man so viel Geld könnte einsparen. Das muss ich auch nicht vorlegen. Ich bin der Erste, der mindestens konkrete Vorschläge gemacht hat. Ich bin der Meinung, es geht jetzt nicht nur um konkretes Geld, sondern sehr viele Leute haben das Gefühl, die SRG ist zu gross, es ist zu arrogant, sie muss zurückgestauft werden. Und sie redet jetzt vom Plan R, wo bei R offenbar für Reform statt, aber ich habe wirklich grosse Bedenken, ob die dann bereit sind, wirklich Einschnitte zu machen. Und darum habe ich gesagt, es muss Blut fliesst. Die Leute müssen sehen, dass etwas passiert, aber wenn sie es dann irgendwo hinten dran verwischen und sagen, noch 5 Buchhalterstellen sind abgebaut worden und dort noch etwas, das wird einfach nicht langen, das wird die Stimmung nicht ändern, sondern viele Leute sagen, jetzt haben sie uns vorhin so viel versprochen und dann passiert nichts. Sie müssen natürlich ein bisschen sparen, weil ihre Einnahmen gehen zurück. Sie sind jetzt ja auch deckelt, also Gebühren auf 1,2 Milliarden, gehen nicht mehr weiter hoch. Kleine Sparmassnahmen müssen automatisch kommen und das ist unabhängig von No Billag. Aber ob sie dann weiter darüber rausgehen und dann noch ein bisschen mehr runterfahren, weiss ich nicht. Und das mit den 200 Franken-Initiativen ist natürlich auch eine Sache vom Abstimmungsergebnis, glaube ich. Wenn es knapp wird, dann wird sie kommen. Wenn es nicht knapp wird, dann wird sie nicht kommen. Das heisst, Leute, die das nicht wollen, die müssen jetzt nicht irgendwie taktisch sagen, ja, wir geben jetzt ein Ja ein, um den SDG noch Denkzettel zu machen. Sehr gefährlich. Kann Folgen haben. Kann nicht nur ein Ja geben, sondern kann auch neue SVP-Initiativen auslösen. Viele Leute, die nicht bezahlen wollen, sagen, ich schaue ja sowieso nur Sachen am Internet. Ich habe kein Fernseher. Ich habe auch kein Fernseher, weil die meisten Leute, die ich kenne, haben keinen Fernseher mehr. Müssen wir eigentlich dem nicht ein bisschen mehr Rechnung tragen? Also wenn man jetzt mal sagt, man wehrt die No Billag ab. Wie geht man um mit diesen neuen Formen von Medikanzonen? Also diese Frage erstaut mich von jemandem wie du, der weisst, dass auch Sachen im Internet produziert werden müssen. Da schaust du sicher auch Sachen im Internet vom Fernseher. Eben. Und die müssen genau so produziert werden. Also darum die Argumentation ist irgendwie Hanebüchen und ist eigentlich Grundlage gewesen, wieso man das Haushaltsabgabe gemacht hat 2015. Weil es kommt nicht mehr auf die technische Art an, wie man die Sendungen oder das Programm konsumiert, sondern dass es hergestellt werden und irgendwo ankommt. und darum hat man das machen müssen, weil eben viele Leute wie du, die haben keinen Fernseher, aber das heisst noch lange nicht, dass sie keine SSG-Programme schauen. Aber man müsse eigentlich sagen, mehr mit den Programmen ins Internet und nicht weniger. Ja, sie sind mit anderen Programmen im Internet und so, aber die Frage ist ja, nur exklusiv im Internet, das machen sie nur bei Sachen für Junge, weil die Jungen erreichen es nicht mehr mit dem Fernseher, jetzt ist angekündigt worden, eine neue Soap und so, nachgemacht von RTL 2. Also so ein bisschen Berlin Tag und Nacht. Naja, also offenbar fällt auch nicht so viel ein, wenn auf diese Art und Weise da so die Jungen, so ein bisschen urban, ein bisschen grob, ein bisschen mit Sex nehme ich an, wenn auf diese Art und Weise anfangen wollen. Aber man muss sagen, die deutschen Sender, die deutschen Fernsehsender haben ein Problem mit jungen Zuschauern. Und zwar nicht nur an der NZF, sondern auch die großen privaten RTL von 7 und Sat1. Das ist ein Rätsel, das bleibt. Die Lokalradios funktionieren, beim Fernsehen hat man eigentlich doch auch einen Preis zu fahren, denn ich bin da mit einer Kamera, die kostet 300 Franken, mit dem kannst du eine grosse Linwand, ich habe bei Westnetz eine ganze Pressekonferenz mit dem Handy übertragen. Warum wird Fernsehen eigentlich billiger? Fernsehen wird schon billiger, aber die Leute sind immer noch bleicht höher und das ist das Entscheidende. Sie sind nicht Apparate. Klar, früher ist die Studio Apparate natürlich viel teuer. Ich habe angefangen mit Telezüli, habe ich mit H8 Kameras gemacht, nachher mit ganz kleinen Eben-Settingen. Da hat es technische Verbesserungen gegeben und auch es ist viel kleiner geworden und so weiter. Aber das Entscheidende, wenn du qualitativ Sendungen machen willst, müssen auch die Leute recherchieren, machen, gehen filmen, schneiden, etc. und darum muss man einfach auf das in erster Linie schauen. Wunderbar, zeigt man schnell das Buch. Noch wegen dem noch die restlichen Argumente findet man da sehr interessant. Ja, aber vor allem man kriegt das Problem von dem Buch, was ich gemerkt habe, ich habe unglaublich viel Publicity gehabt. Und alle Leute haben das Gefühl, sie wissen alles, was in dem Buch steht, weil so viel darüber geschrieben wurde, falsch. Stimmt nicht. Man muss es wirklich aufschaffen und erklären, wie es überhaupt dazu kommen könnte, dass wir in so einer Kalamität sind, wie es dazu kommen könnte, dass wir jetzt am 4. März Russisch Solette mit unserem Mediensystem spielen, wer sind die Verantwortlichen, wie ist die heutige Situation und was kann passieren nach Nobila. Und für das musste ich lieber ein Buch schreiben, da reicht ein Artikel nicht, auch nicht ein längeres Interview. Und darum, wenn man wirklich wissen will, diese Argumente haben, und ich habe es für 12 Franken gemacht, ich habe kein Honorar, ich habe es für günstig gemacht, wie möglich. Ich möchte das möglichst viele Leute erfahren, und nicht selber davon, die irgendwie materiell profitieren. Herzlichen Dank.